Hm, das ist natürlich einfach. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich versuche jetzt nochmal hier lang. Mit dem kleinen Unterschied, dass ich jetzt nachgucke. Oder noch besser. Ähm. Das würde ich auch mal sagen, dass das lucky war. Oh. Sauber weghauen. Oh, ho. Oh, man. Ich... Ich hätte jetzt nicht... Werfe Granate! Werfe Granate! Werfe Granate! Okay. Werfe Granate! Da ist keiner. Ist natürlich auch eine Variante. Damit der Sniper... Hm, da kamen grad noch uns weiter. Ich hab's... Ähm... Hm. Ach, ja klar. Der, auf den ich geschossen hab. Mission erfolgreich. Alter, da stehen die Alarme dabei. Acht Gegner wurden eliminiert. Für die Abstimmung. Warum auch immer. Feind geordnet. Hindert sie daran, die Bombe zu platzieren. Versuche ich's mal hier lang. Bestimmt mal. Werfe Granate! Granate fliegt! Oh. EOTech-Waffen. Ja, das weiß ich aber, wo die sind. Ähm. Ich versuch's jetzt mal mit dem Sniper und hoffe... Ich versuch's jetzt mal mit dem Sniper und hoffe... Was ist das los? Oh. Okay. Der hat auch... So. Oh, ja, 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 ja. Mission erfolgreich. Bombe wurde entschärft. Das ESL-Hacker. Okay. Jetzt ist... Ähm. Wo zur Hölle bin ich und wo muss ich hin? Mhm. Granate! Okay. Ah, da ist noch ein Fenster. Granate fliegt! Granate fliegt! Oh! Alles klar? Alles anja. Aha, wie soll ich sein? Schreinig. 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 Boah, okay. Krasse Nummer. Total verwirrt. Krasse Nummer die Sicht. Was? Wie kommt denn der da? Das gibt's auch noch. Da kannst du ja nirgendwo sicher sein. Boah, die Karte müssten wir erstmal genauer angucken. Aber da hinten ist tatsächlich noch ein Treppenaufgang eingezeichnet. Was wirklich sicheres gibt es nicht. Was sicheres zum snipen gibt es ja wirklich nicht. Sektor B sichern. Ach, ich sag mal, man würde diesen Mittelgang nehmen, aber... Das glaub ich eher wäre... Nur aufhalten. Muss die nur aufhalten. Nicht töten lassen. Nicht töten lassen. Hm. Gewonnen. Lass es. Wir haben die Punkte. Lassen. Mission erfolgreich. Das Ziel wurde zerstört. Also. Da wollt ihr nicht noch... Ziel geortet. Zerstört das Objekt. Na dann. Lauf ich eigentlich letzt... Jetzt. Okay. Ist wahr. Ja. Genau. Ja. Ich hab mich nicht bewegt. Trotzdem. Ich hab mich nicht bewegt. Trotzdem. Oh Gott. Nee. AFK. Das ist echt... Wenn man die Zeit runterlaufen lässt, kriegt man 200 Punkte, weil sie es nicht geschafft haben. Ja. Und die anderen spielen auf Zeit. Ist schon klar. Dann... Wird da jetzt... Die restlichen 30 Sekunden nichts passieren. Ich würde einfach mal aus... Spaß da in die Nähe kommen. Und vor allem auch von abhüpfen. Da kommt tatsächlich noch einer. Im Ernst? Im Ernst? Wirklich? Ist das wirklich euer Ernst? Gerade so. Und unten hat noch mitgeschossen. Ich hätte schon Feuerhund um die Ecke gehen müssen. Wo ist der? Da oben drin. Wie kommt der denn da oben rein? Hm. Bombe wurde platziert. Sektor A sichern. Diese Musik und das Piepen nervt ganz schön dabei. Da hörst du keine Schritte oder sonst was. Oh, links. Nein, doch. Links, links, links. Pression erfolgreich. Alle Gegner wurden eliminiert. Das war krass. Ziel geortet. Zerstört das Objekt. Vielleicht sollte ich da nicht unbedingt meine Nades verschwenden. Dann. Okay. Müll oder? Ah, verdammt. Oh, verdammt. Was? Dann ist es ja auch einfach. Ziel geortet. Zerstört das Objekt. Du siehst ja einfach nix. Wo kam die? Ah, nö. Nö. Die hat nicht den Boden geholt. Die hat nicht mal den Boden geholt. Hm. Geht das mit der Abhebung? Das ist doch ein bisschen schnell. Naja. Gegen drei Leute gleichzeitig hat man da dann wohl eher keine Chance. Nee. Zwölf zum Sieg. Okay. Okay. Ziel geortet. Zerstört das Objekt. Zerstört das Objekt. Das kann ich auch. Gibt's da unten nix oder was? Hier. Guck an der denn her. Hm. Na klar. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr so raus. Ich hab keinen Bock mehr so raus. Kommt da einer rum? Ich glaub nicht. War das jetzt dein Ernst? Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Oder was hat er gezielt? Vielleicht sollte ich mal durch diese Mitte versuchen? Ziel geachtet. Zerstört das Objekt. Das könnte funktionieren. Der Zeichel müsste ich da auf einen treffen, aber...